Musik Kommen Sie mit mir auf eine Reise durch Knoxville, Tennessee. Malerisch am Fuße der Smoky Mountains am Tennessee River gelegen. Ein Reiseziel voll faszinierender Geschichte. Und die perfekte Mischung aus traumhafter Natur, Museen, einer lebendigen Kunst- und Kulturszene und ansteckender südlicher Gastfreundlichkeit. Wir starten unsere Entdeckungstour heute mit jeder Menge Outdoor-Abenteuer. Nur rund fünf Minuten von der Altstadt entfernt erstreckt sich rund um Knoxville ein mehr als 1000 Hektar großes Gebiet urbaner Wildnis, indem Sie durch Parkanlagen an moosbedeckten Felsen und Seen vorbei wandern, durch das raue Gelände unberührter Waldgebiete mit dem Mountainbike fahren, zahlreiche Vögel beobachten oder den Tennessee River mit einem Paddelboot erkunden können. Besuchen Sie nach Ihren Outdoor-Abenteuern die wunderschöne Altstadt von Knoxville und genießen Sie die tolle Atmosphäre rund um den Market Square. Seit mehr als 100 Jahren einer der lebendigsten Treffpunkte der Stadt. Einst ein regionaler Handelsplatz für Bauern aus der Region gilt der Market Square heute als eines der schönsten historischen Viertel der USA. Hier finden Sie nicht nur zahlreiche Cafés, Bars und ausgefallene Restaurants, sondern auch einen schönen Bauernmarkt von Mai bis November und eine lebhafte Open-Air-Kunstszene mit vielen unterschiedlichen Festivals das ganze Jahr über. Abends erwacht hier rund um den Market Square und besonders in Old City, einem historischen Teil von Knoxville, das pulsierende Nachtleben der Stadt. Aus vielen Restaurants, Bars und Nachtclubs dringt Live-Jazz, Blues und Rockmusik und verleiht Knoxvilles Old City eine charmant einladende Atmosphäre. Schauen Sie bei Ihrem Besuch auf jeden Fall auch nach, wer oder was in einem der wunderschönen historischen Theater entlang Gay Street spielt. Versäumen Sie auf Ihrer Entdeckungsreise durch Knoxville auf keinen Fall einen Besuch der sieben für Touren offenstehenden historischen Häuser der Stadt. Wobei Sie auch heute noch Knoxvilles jahrhundertealten Pioniergeist und reiche Geschichte spüren können. Knoxville bietet eine unvergleichliche Mischung aus urbaner Eleganz, reicher Geschichte, Natur und faszinierender Amerikaner-Kultur. Ein absolutes Muss im schönen Tennessee. Kommen Sie doch auch mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017